Hey Leute, ich hab mir ein neues Spiel gekauft! Was ist es? Es heißt... Vogel! Soll verdammt schwer sein! Yeah, cool! Äääähähähähäh- Aaaaaaahhhhhhhhhhh!! Und dafür hab ich 50 Dollar bezahlt? 터in- Nun...Es scheint alles sicher zu sein- Schneller, schieß den Loop! Endlich habe ich mein medizinisches Training beendet und kann nun nach Jahren harter Arbeit meine Kenntnisse unter Beweis stellen. Menschenleben stehen auf dem Spiel und ich werde sie retten, eins nach dem anderen. Doktor, schnell! Wir haben einen Autounfall in der Notaufnahme! Vereilen wir uns! Wie lautet die Diagnose? Pilz! Bambi. Ich wusste nicht, dass du fliegen kannst! Na, verdammte Physik-Engine! Oh Gott.